Ja, Malzeit ihr Schlawine. Ich spiele heute ein bisschen Paradise Cleaning. Das ist schon wieder so ein Anime-Tai-Irgendwas-Spiel. Obwohl diesmal ist es glaube ich nicht ganz so extrem wie die anderen. So, ähm, wir legen los würde ich sagen. Also es ist ein bisschen marginal sexy soll es sein. Paradise Cleaning, ich weiß gar nicht genau um was es geht. Aber guck, wir gucken mal in die Optionen hier. Master Volume, Volume, Blah, Window, Window Mo, ja keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass ich das Window spiele. Ich glaube unten ist ein kleines bisschen abgeschnitten, aber solange ich hier alles sehe, ist das okay. Gut, wir fangen einfach mal an. Kommt vielleicht zum kleines Tutorial würde ich sagen. Ähm, wie heißt die? Arika? Maradad? Maradad? So, coolie. Äh, Phase 1, Level 1, wie auch immer. Ready? Oh, was muss ich machen? Muss ich hier lang? Äh, Cleaner. Achso, jetzt habe ich eine Bürste. Achso, ich muss die anzeigen. Äh, du kriegst die gar nicht alle weg hier. Ich habe nur 20, so. Nimm mal den Besen. Okay, der Besen, das hat das Ding weg gemacht. Äh, alles klar. Was kommt als nächstes? Ey, ich weiße, das muss man nicht machen. Diese sagt er mir auch nicht, was ich machen muss. So, Mob, Mob. Mit Mob krieg ich Blau weg. Nur ein Blau weg. Dann muss ich ständig hier, äh, was ist halt denn? So, krieg ich den Grün weg. Okay. Grün, äh, habe ich nicht. Rot. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Achso. Okay, pass auf. Ich probiere es noch mal. Stage Select. Ja, äh, ich würde gerne weitermachen. Stage Failed. Ja, habe ich verstanden. Hallo. So. Wir probieren es noch mal. Jetzt habe ich es verstanden. Glaube ich. Ich glaube, ich habe es verstanden. So, bereit. So, wer, ich habe nichts gelernt. Das brauche ich nicht. So, rot. Kriege ich die Bündnis. Ja, äh, hallo. So, rot. Äh, gelb. So, was habe ich jetzt? Blau. Blau kriege ich hier weg. Okay, kann ich hier auch so. Ah, hin und her. Einfach, kann ich gedrückt halten. Cool. Hier geht es natürlich auch schneller. So, umlieb. Wieb, wieb. So, jetzt habe ich es verstanden. Ach, der geht nicht. So, ich brauche irgendwas Weißes. Weiß, weiß. Wie kriege ich denn hier das Scheißding? Ah, okay. Okay. Lange, 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 lange. Wupp. Fertig. Äh, so einfach geht es. Wenn man es mal verstanden hat. Oh, drei Sekunden hatte ich noch. Das habe ich noch. Kann ich hier irgendwas holen? Kriege ich was? Was kriege ich denn jetzt? Okay, jetzt kommt die zweite. Jesus, Jesus, Jesus. Ich glaube fast, das ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen versetzt. Also, da, wo ich eigentlich klicken muss, dass es irgendwie ein bisschen versetzt ist. So, okay. Äh, ach du. So, ich schob einfach hier. Ich schob einfach komplett rüber. Dann weiß ich auch ungefähr, wo es ist. So, hier ist ein bisschen rot. Einfach gedrückt halten und schoben. Drücken und schoben und schon geht der ganze Kram weg. So, die ist weg. So, gelb. Bananenschalen weg, weg. Einfach nur schnell vorbei. Bananenschalen weg. So, dann haben wir das nächste Mob. Geht auch viel schneller, wenn man es mal gedrückt hält. Hup, hup, hup. So, hier kommt es, zack. In 18 Sekunden habe ich noch einen Moni, bin ich wirklich bei allen hier. So, aber die weißen gehen auch weg. Okay, ich gehe aber erst mal hier. Grün, das muss alles. Scheiße, ich brauche den Mob nochmal. Hey, ich brauche den Mob nochmal. Entschuldigung, dass ich geflucht habe, wollte ich jetzt gar nicht. Äh, Mob. So, äh, ich brauche nochmal hier. Wieso kommen die so schnell? Äh, okay, ich werde es nochmal probieren. Ich werde es einfach nochmal. So, wir gucken nochmal schnell. 40 Sekunden Zeit. So, äh, Staubsauger brauche ich nicht. Oder doch, der Staubsauger ist für die Wolken. Ach, na dann geht es natürlich auch ein bisschen schneller, ne? So, Staubsauger für die Wolken. Da habe ich alle Wolken weg. Es sieht so aus. So, äh, Bürste, hier, zack. Ne, also, Deckschrubber. So, Schrubber, wir schrubben. Wir schrubben. Äh, gelb. So, gelb, gelb, da, zack, weg. Weg mit dem ganzen Filth. So, hier, schrubben, schrubben, schrubben. Bis der Arzt kommt. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch das grüne Tuch. Zack, schnell mal hier langwischen. Zap. Äh, cleared, cleared. Was will der jetzt von mir? Ich bin doch dui. Wo ist denn noch was? Ich bin doch duig. Okay. Da war noch so ein Restro. Oh. Also, kommen die immer wieder, oder was? Bin ich jetzt zu lange gebrauchen? Kommt das wieder? Ey, das hast du ja kaum gesehen, den Schrott. Okay, probier's noch einmal. Einmal probier's noch. Aber dann, äh, Feierabend, Wendegelände. Äh, tschüss mit Össchen, ne? So, also erst die Wölkchen. Wölkchen, weg. Ich muss, tatsächlich, es ist ein bisschen verschoben. Irgendwie ein bisschen versetzt. Also, ganz einfach, fiel ich. So, wir haben die Wölkchen weg. Wölkchen weg. So, zup. Äh, Bürste, hier. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp, schwupp. Ein bisschen anders angeordnet. Ich glaube, ich hab jetzt alles durch. Keine Hirn, ne? Bananenschalen, weg. Ja, hau ab, du hier. Kann ich durch. Und hier auch weg. So, Nesses. Blau, blau, weg, schnell. So, wie, das klappt jetzt gleich wieder nicht. So, zack, clear. Ah, jetzt hat's mal funktioniert hier. Okay. Ich verstehe nicht ganz genau, was jetzt. Also, es wurde angegeben, dass es irgendwie so, bisschen erotisch sein soll. Okay, ich probiere es nochmal. Ah, hier, stopp, aber. Okay, hier sind viele. Aber im Prinzip braucht man ja wirklich nur. Ey, ich komme an manche gar nicht ran, weil die so versteckt sind. Ey, das ist die Schwierigkeit hier an den ganzen. Okay. Die Pippen. Gut, ist meine, ich hab. Okay, komm nicht ran. Komm nicht ran, gib mir was anderes. Okay, einfach, einfach irgendwo lang, wo man denkt, man kann nicht alle auf einmal wegnehmen. Das war, glaube ich, auch vorhin das Problem. Das war, glaube ich, vorhin das Problem. So, blau, blau weg, so schnell wie möglich. Da muss man sich gucken. Ah, das sollte reichen. Blau ist weg. So, jetzt haben wir grün, frische weg. Soweit es geht. Frische weg, frische weg, frische weg. So, haben wir alle frische? Ich glaube, wir haben alle frische. Da war ein Frosch. So, ein Restfrosch. So, jetzt die Wolken weg. Aber schnellstens. Das und Restwolke, schnell. Oh, komm, du kannst nicht mal. Gebt mir. Ah, time of what the fuck. Ich hab's auch fast gehabt. Ja, jetzt hab ich so. Ach, jetzt hab ich auch ein bisschen was vom Glück gesehen. Ich komm mich gar nicht auf das Bild im Hintergrund konzentriert. Okay, wir probieren es nochmal. Ey, ich komm wieder. Ich bin drauf konzentriert. So, wir sehen, es ist voll. So, Wölkchen. Einfach, ich sag mal so. Einfach hin und her schrubbeln. Was ihr in der Meinung seid, ihr habt es soweit. Dann nehmt ihr das Nächste so schnell wie möglich. Schrubbelt auch einfach hoch und runter. Immer in großen Zügen hier. So und runter große Züge. Ihr werdet nicht gleich alles bekommen. So, dann diese Probe und schrubbeln. So würde ich das jetzt machen. So, jetzt nehm ich das Blaue. Mach alles Blaue weg. So schnell es geht. Hoffentlich. Nervig ist, wenn der einfach nicht reagiert, ne? Ich geh da lang und der reagiert nicht. Das geht einem voll auf die Zwiebel. So, zack. Hau ab, Frosch. So, dann gehen wir hier wieder lang. Schnell. Ich hab noch 13 Sekunden. Oh, das muss flott gehen. Das muss flott gehen. Das muss flott gehen. Ach hier, gelb, gelb, gelb. Der reagiert nicht. Das ist rot. Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Diese Scheiß-Bandade. Diese blöde Banane. Okay, ich probier's jetzt. Ich überspring das mal ein bisschen. Aber ich mach das nochmal hier, ne? Ich hab's geschafft. Es ist hier. Ey, man muss sich eigentlich nur die Abfolge merken, wenn man halt dann später nochmal zurück muss. Man muss sich einfach nur die Abfolge merken, ob was als nächstes kommt. Welche Farbe, ne? Und dann kann man halt dementsprechend da auch weiter. Oh, das war schon ein bisschen anstrengend gerade. Sollte nehmen wir uns dann 50 Mom. Oh, jetzt geht's weiter. Ähm, jo. Erstmal die Wölkchen. Das wird, glaub ich, schwieriger. Ich glaub, man hat ja auch nicht mehr Zeit. Und man hat aber immer viel mehr, äh, zu entfernen hier. So, rot. Dann kommt gelb. Und dann kommt grün. Und dann kommt wieder blau, ne? So, rot ist das meiste weg jetzt. So, jetzt wird's echt schwieriger. So, jetzt haben wir gelb. Und wenn man auch mehrmals rüberschwulen muss, wenn die gleich verschwinden würden, wenn man einmal rüber geht, wäre es viel einfacher, als wenn man da 5000 Mal hin und her muss. So, schnell blau. Wir haben noch 34 Sekunden. Okay, man wird auch ein bisschen hektisch, ne, mit der Zeit. Man wird ein bisschen hektisch mit der Zeit. So, okay. Nächstes. Grün. Wir haben so viel Grün hier. Da kann man eigentlich komplett rüberwischen. So, der ist, wie gesagt, der reagiert teilweise nicht so auf das, was ich mache hier. Grün. Grün ist hoffentlich weg. So, jetzt haben wir wieder Wölkchen hier. Wölkchen, weg. Weg mit dem Wölkchen. Jetzt der F off. So, dann haben wir wieder rot. Rot, 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 rot. Die haben noch zwölf Sekunden. Zwölf Sekunden, das ist noch ein grüner. Ich sehe so einen Rest von grün. Das gibt's doch gar nicht. So einen Rest von grün. So einen Rest von grün. So, blau habe ich nicht. Grün. Das war blau. Scheiße. Man wird ja knifflig. Man will es auf jeden Fall schaffen. Ich kann ja nicht auf das Bild im Hintergrund achten. Ich sehe hier oben noch so einen Rest grün. Okay, ich probiere es nochmal. Ich hab's wieder geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Boah. Das war wirklich anstrengend. Eine Sekunde hatte ich noch übrig, wie man sieht. Eine verdammte Sekunde. Oh Gott, war das anstrengend. Das war wirklich, das war heftig. Vor allem, man sieht manchmal noch so einen Schatten, so einen Rest. Und da muss man erstmal gucken, wo das ist. Also, wenn man es jetzt nicht direkt offensichtlich sieht. Voll anstrengend. Gut, eins mach ich noch. Das werden immer mehr. Vor allem, wenn die so blöd dann übereinander gelegt, dann. Also, Schicht um Schicht hier. So, ich glaube, den habe ich. Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann, wie gesagt, verschwinden ja auch nicht alle gleich beim ersten Mal, wenn man rüber geht hier. So, Bananski. Komm her. Da war gerade noch eine Hochbanane. Banan-Schale. Dann ist es auf jeden Fall schwieriger. Ich sehe da auch jetzt. Jetzt sich hier natürlich überall irgendwelche Silhouetten, ne? Voll nervig. Ich probiere es wirklich. Ich probiere es so schnell es geht. So, hier, der ist auch weg. Und hier war noch Mr. Rest. So, komm. Froschki weg. Ist wirklich, ist wirklich, ist wirklich schwierig. Ich weiß auch nicht, warum sie mal besser sauber macht und mal weniger. So, Wölkchen weg. 16 Sekunden. Ja. Dieses. Okay. Ich probiere es, ich probiere es wirklich. Ich probiere es wirklich. Da war auch noch ein Rest. So, gelb, 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 gelb. Hoffentlich jetzt alles. Blau. Und einmal grün noch. Da ist noch ein roter. Weee, wir haben es geschafft. Ich wollte sagen, die Scheibe. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Was kommt jetzt? Äh, das Stage war durch. Jetzt kommen die nächsten. Da machst du dir irgendwelche Bildchen hier. Ach, ist ja herrlich. Gut, die habe ich alle durch. Also, Spielprinzip ist, ähm, ich glaube, Verstand Paradise Cleaning. Man schaltet sich zum Paar leicht erotischen Bilder frei. Alles noch im, ähm, ähm, wie sagt man, erwachsenenfreien Rahmen. So, eher so, ähm, Pubertäts, ähm, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ja. Wie gesagt, Paradise Cleaning war das hier. Version 1.00 ist das. Gibt es gratis bei, ihr wisst schon, Dampf könnt ihr euch runterladen. Danke für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann, dann tschau, tschau.